Sagt mal, wer spricht eigentlich auf eurer Hochzeit? Ihr wisst es noch nicht? Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Hi, ich bin Lenka. Ich bin die, die vorne steht und eure Geschichte erzählt. Die euch bittet aufzustehen und mit Ja zu antworten. Aber vor allem bin ich die, die euch bis zu eurer Hochzeit begleitet. Welcher Song beschreibt eure Beziehung am besten? Eure Traum lebt von Musik. Ich kann jeden Song umsetzen. Wir können jeden Song für euch umsetzen. Denkt dran. Eure Hochzeit ist eure Hochzeit. Heiraten könnt ihr immer und überall. Egal an welchem Ort. Eure Beziehung ist einzigartig. Eure Geschichte ist einzigartig. Liebe ist Liebe.